Und damit herzlich Willkommen in Wolfenstein, mein nächstes Westplay. Ich will mich nicht freilassen. Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde ihnen, der Schwester und ihrer Familie, gegenüber milde walten lassen. Verstehst du nicht? Du verfluchte Elbe, du hast doch keine Chance. Oh ja, und das habe ich. Ich habe immer eine Chance. Ich habe immer eine Chance. Aber du hast fast ganz viel getötet. Ah, naja. Jetzt suche ich mal. Spitzschutz. Ah, Spitzschutz. Na klar. Guck mal, wo ich das habe. Ah, da. Ah, ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angenossen umzusetzen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Ach, du! Ah, ich würde lieber aufhören und mich sofort freilassen. Ah, Barry. Sie sind ein gottverdammter Irrer, verflucht normal. Au. Was habe ich machen müssen? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Bla, bla, bla. Ja, das war Generalstrasse persönlich. Verstehst du nicht? Du verfluchte Elbe. Du hast doch keine Chance. Doch, das habe ich immer. Du bist doch nicht zu schwanger. Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angenossen umzusetzen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen. Sie sind ein blottverdammter Irrer, verflucht normal! Haha. Das war geil. Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zerhelle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Haha. Nein, 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 nein! Stopp, 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 oh, blitz! Okay, ich sage es Ihnen, verdammt! Was soll Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis! Aber Sie werden es niemals schaffen! Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen? Unsere Schwester! Bald werden Sie hier sein. Und dann wenn sind Sie um Gnade! Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Wunscher, Herr Preskowicz. Ah, ja? Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passe Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut, gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wow, nach Berlin, nach Deutschland. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lauglosen Atem und schütze uns vor dem Sturm. und sicheres Geleit in Wippen von hungrigen Wölfen. Nehmen Sie meine Hand! Meine Hand hier! Geben Sie mir Ihre Hand! Ja klar, hier! Geben Sie mir Ihre Hand! Ja! 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 Wir haben wertvolle Frache. Wir müssen einen Zucker wischen. Dann gucken wir es mal alles an. Einmal... Geben Sie mir! Ja! 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 Geben Sie mir hier! Ja! 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 Was hat die Eidung? Stop! Ha ha. Oh. Ha ha. Ha ha. Haha. So, let einfach. Haha. Oh, yeah, oh, there's some tools. Oh, yeah, oh, yeah. 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 Das war's für heute. Jetzt haben wir ein Problem. Das ist ein Problem. Ich stehe! Komm schon! Ja, wo steckst du? Haha! Haha! Hallo! Oh, scheiße! Ah! Ah! Mann, ey! Ich glaube, es wird schwerer und schwerer! Ja! 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 Ja, komm! Haha! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ja, er ist wieder tot, meine Herren! Ja! Okay, Mama! Versuch mal weiter! Oh, ja! Oh! Zah-zah 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 Ah so contributions Zah-zah Oh Gott. Oh Gott. Das ist Ashley. Das ist Ashley. Ja. Oh nein. Oh. Schade. Ja. Okay. Ich probiere es jetzt mal alleine ohne Kamera. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss.